Ich freue mich auf Belgrad, weil ich weiß, Belgrad ist ein schönes Umfeld, eine schöne Strecke. Ich habe zwar nicht so gute Erinnerungen an Belgrad, was meine Leistung betrifft, aber jetzt gerade mit den Resultaten, die wir jetzt hier heute abgeliefert haben in Checkit, freue ich mich natürlich wieder Rennen zu fahren und mich selber persönlich zu verbessern. Und wie gesagt, Belgrad ist eine coole Strecke und da lohnt es sich immer hinzufahren. Ich freue mich auf den Weltcup in Belgrad, weil ich da noch mal ein bisschen mehr Erfahrung im Vierer sammeln kann und es hier in Checkit schon viel Spaß gemacht hat. Ich freue mich auf Belgrad, weil wir dort wieder Rennen fahren können, uns beweisen können und unsere Fehler, die wir hier gemacht haben, ausmerzen können und hoffentlich noch mal ein super Rennen runterfahren können und Gold gewinnen. Ich freue mich auf Belgrad, weil es einfach noch mal eine internationale Standortbestimmung ist, vor den Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, wo wir dann noch mal gucken können, wo wir stehen, noch mal jetzt was ausprobieren können in der nächsten Woche und dann noch mal voll ins Training gehen können und natürlich auch das schöne Wetter dort, eine schöne Strecke, wieder schnelle Zeiten, eine rundum gute Sache. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020